Servus, grüß euch hässlich! Willkommen zu Vlogaldo Episode 20! Dieser 20. Vlog von mir auf meinem Vlog-Kanal, also auf Vlogaldo, ist sozusagen so ein bisschen ein Wendepunkt für mich. Ich war jetzt ein paar Tage krank, ich habe eine tödliche Männergrippe, die ich mich schon fast dahin gerafft hätte, die habe ich auskuriert, war ans Bett gefesselt ein paar Tage lang. Meistens, wenn ich krank bin, dann kann ich nur Podcasts und Audiosachen hören. Das habe ich auch gemacht und ich habe unter anderem ganz viel How to YouTube, How to Twitch, How to Internet, Tutorials auf YouTube gehört quasi. So mit ein paar Tagen Abstand, ein paar Tagen zum Nachdenken ist mir einiges klar geworden. Ich habe mich wieder zurückerinnert, wie ich damals angefangen habe vor eineinhalb Jahren. Da habe ich zwar noch keine Tutorials geschaut, da habe ich einfach einmal gestartet und habe darauf geschissen. Aber dann ein bisschen später wieder nachgeschaut habe, wo ich dann angefangen habe, endlich einmal zu schauen, wie geht denn das eigentlich? Gibt es da schon Tipps im Internet, die mir sagen, wie funktioniert YouTube usw.? Die haben wir damals schon gesagt, Geduld. Geduld, 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 Geduld. Es kann sein, dass du dich zwei Jahre lang völlig abrackerst und nichts passiert und erst im dritten oder sogar im vierten Jahr auf einmal macht es Klick und es geht bergauf. Die Katze soll sie nicht auf die Tastatur legen. Du darfst sie da herlegen. Brave Katze macht immer genau das, was sie mir sagt. Ich habe das damals nicht ganz so realisiert, glaube ich. Ich habe gesagt, okay, man muss halt ein bisschen Zeit reinstecken. Ich muss jetzt einfach das, was ich mache, zwei Jahre machen und dann Erfolg. Was mir damals nicht so ganz klar war, war, dass man in dieser Zeit, in diesen ersten zwei Jahren, dass man da einmal herumschrauben muss, dass man damals sein ganzes Format, seine Sendungen, eigentlich alles erst einmal ausfuchsen muss, erst einmal richtig entwickeln muss. Und wenn man dann soweit ist, dass es einmal alles Hand und Fuß hat, dann geht es erst so richtig los. Das Problem ist, wenn es dort richtig losgeht, hat man immer noch keine Follower und keine Abo-Millionen und so, sondern da ist man einmal gerade soweit, dass man eine gute Grundlage zum Starten hat. Und genau jetzt in dieser 20. Folge Flogaldo, es ist jetzt genau Mitte Mai, 30. 15. Mai 2018, genau da sehe ich für mich eigentlich diesen Punkt. Also ich habe in diese eineinhalb Jahre, es gibt eh ganz viele Videos, da oben kommt jetzt gleich das I und das sagt euch die Videos, wo ich eh schon einmal erklärt habe, der ganzen Chance, ihr kennt das. Diese eineinhalb Jahre waren für mich jetzt die Pre-Production, mal das Format entwickeln, live den Patienten bei vollem Bewusstsein am offenen Herz operieren, das waren jetzt die ersten eineinhalb Jahre, meine ganzen 100.000 Humaldo TV-Iterationen. Jetzt Mitte Mai 2018 habe ich das Gefühl, dass ich jetzt endlich soweit bin. Die Pre-Production ist hinter mir, ich habe jetzt Formate mit häufig Hand und Fuß, ich weiß, wie man es produziert. Ich habe Production Pipelines, da habe ich mir schon viel Gedanken drüber gemacht, und da kann ich jetzt richtig los starten. Also meine vier Kanäle, da bin ich sehr froh darüber, dass ich sie getrennt habe, auch wenn sie alle von Null starten, mehr oder weniger, weil ich jetzt mich auf jeden Kanal genau auf das Thema konzentrieren kann. Mein größter Fehler am Anfang war ja, ich wollte alles auf einen Kanal drauf packen, weil man weiß, es ist ganz schwierig, einen Kanal zu growen, also zu wachsen zu lassen, darum habe ich mir gedacht, ein Kanal ist schon schwierig genug, dass wir alles auf diesem Kanal sitzen. War völlig ein Blödsinn, verschiedene Themen auf verschiedene Kanäle aufgeteilt, macht viel mehr Sinn und fühlt sich einfach viel besser. Letzte Woche habe ich sogar ein bisschen mehr Zeit genommen und habe für jeden von meinen vier Kanälen einen kleinen Kanaltrailer gemacht, weil YouTube hat mir auch gesagt, es ist ganz, ganz wichtig, dass man einen Kanaltrailer hat. Also wenn man auf einen Kanal schaut, auf die Kanalseite auf YouTube, und man hat den noch nicht abonniert, wird automatisch ein kurzes Video abgespielt. Also da kann man einstellen, welches Video abgespielt wird, es sollte dort kurz sein. Und dieses Video maximal 40 Sekunden, zwischen 30 und 50 Sekunden sagt man so, Schnitt wahrscheinlich 30, 40 Sekunden. Dieses Video sollte einem richtig kurz Lust machen auf diesen Kanal, diesen Kanal zu abonnieren. Es sollte einem alles sagen, was gibt es auf dem Kanal, was erwartet man auf dem Kanal, was bringt mir der Kanal und warum soll ich einen abonnieren. Und letzte Woche habe ich da vier Videos gemacht, weil ich vier Kanäle habe und das sind jetzt alle Kanaltrailer auf meinen vier Kanälen. Da sind sie jetzt oben. Das Ganze ist für mich jetzt erst der Start. Also für mich ist jetzt alles, was bis jetzt passiert ist, der ganze Schmerz, der ganze Ärger, die ganze Enttäuschung, die ich jetzt in den letzten eineinhalb Jahren in YouTube reingesteckt habe, der ist vergessen. Von mir, aus meiner Sicht aus, ist jetzt der Start. Also Mai 2018, ab da bin ich erst so richtig ein YouTuber. Genau, und das gibt mir wieder eine sehr große Motivation, das Ganze jetzt wieder mehr Kraft herauszuschöpfen, weil diese Erkenntnis ist schon ganz cool, was ich gedacht habe. Also die letzten eineinhalb Jahre teilweise wirklich sehr frustrierend waren, weil manches einfach überhaupt nicht so funktioniert hat, wie ich mir das gedacht habe. Einfach wegwipen, jetzt habe ich eine super Startvoraussetzung und ab jetzt geht es los! Kleinigkeiten noch, ich habe jetzt einen neuen Discord-Server. Wenn ihr Discord nicht kennt, das ist so eine App, eigentlich ein Service, so wie eine Mischung aus Skype, Teamspeak und so weiter. Das heißt, da kann man verschiedene Server abonnieren und das ist eine ziemlich lässige Angelegenheit, dass man darauf auch mit Leuten kommuniziert. Das ist ein bisschen wie Chatrooms und so. Ein Account, das heißt, wenn man bei Discord dabei ist, kann man auf allen Discord-Servern der Welt quasi beitreten. Das ist recht cool und easy eigentlich. Die Links findet ihr unten in meiner Videobeschreibung, da habe ich eh meine ganze Litanei aufgelistet, meine ganzen anderen Websites und Services und blau, was ich alles habe. Das würde mich freuen, wenn der ein oder andere für euch da mal vorbeischaut auf Discord. Und auch uns wichtig, ich bin jetzt wieder zurückgekehrt zu den Bloggern. Also ich schreibe wieder Texte, kleine Texte, Artikel und so weiter. Kurze Erklärung, ich habe ja meine Homepage, also meine Homepage, meine Website, die ich seit 18 Jahren betreibe und die ist in letzter Zeit relativ eingeschlafen. Und ich habe mir gedacht, das hat ja keinen Sinn, auf die Website Artikel zu veröffentlichen, weil da schaut eh keiner hin. Websites sind ja so gut wie tot. Und auf Facebook, Twitter haben Artikel, Blogartikel, irgendwie auch keinen gescheiten Blogs. Jetzt gibt es aber so eine neue Plattform, die heißt Steemit. Und Steemit basiert auf der Blockchain-Technologie. Und das ist komplett wurscht, das braucht man nicht wissen. Es ist einfach eine Blogging-Plattform. Und das Coole an Steemit ist ein Rewardsystem, das auf das Verdienen und Verteilen von so einer Cryptocurrency, also von Steam, also S-T-E-E-M, aufgebaut ist. Was die Community dazu drängt, wichtig, hochwertige Beiträge zu schreiben, nicht zu spammen, sie zu behelfen quasi. Und ich bin jetzt knapp eine Woche dort und muss sagen, es ist echt nicht schlecht. Also was ich bis jetzt gesehen habe von Steemit, von dieser Blogging-Plattform, die Qualität der Kommentare und der Artikel ist sehr hoch. Da werde ich jetzt ab und zu auch wieder mehr Artikel einstellen. Das Ganze wird sich wahrscheinlich eh so ums Gleiche drehen. Das heißt, ich werde mal Artikel zu Videos von mir reinstellen, dann mal alleinstehende Artikel, die ohne Video auch funktionieren und dann wieder so eine Cross-Promotion machen. Aber eigentlich sollen meine Artikel auch für sich allein stehen können. Das Ganze hat leider einen Grund. Meine Lebenssituation wird sich so in den nächsten Wochen, Monaten ein bisschen ändern beruflich und ich kann nicht sagen, wie viel Zeit ich dann noch für Videos habe, aber ich habe diesen Drang in mir, dass ich etwas veröffentliche, den habe ich ja trotzdem. Und vielleicht gibt es in Zukunft öfters mal mehr Blogs, die man lesen kann und weniger Videos oder es wird eine Mischung. Auf jeden Fall, wenn mal keine Videos kommen, dann kann man gerne auf mein Steemit-Profil schauen. Da gibt es dann vielleicht ein paar Artikel von mir. Auf jeden Fall, ich werde auch updaten, ich werde alles im Discord-Server drin immer schön beschreiben und ich glaube, es wird sich nicht so stark ändern. Das war es schon wieder für heute. Der Rico freut sich sehr, dass er mir da jetzt beistehen konnte. Ab jetzt geht es los. Jetzt fängt YouTube erst so richtig an und wenn ihr Gamer seid, das habe ich ganz vergessen, ich bin jetzt auch immer auf Twitch aktiv. Jeden Montag und Donnerstag ab 21 Uhr tue ich auf Twitch live streamen. Links auch unten in der Beschreibung. Schaut's vorbei! Dätmik freien! Danke und bis zum nächsten Mal!